Musik Mit dem ausgeprägten Orkantief Ylenia steht ab Mittwochabend eine bundesweite Orkanlage auf dem Plan. Dabei muss verbreitet mit Unwettern gerechnet werden. Selbst in tiefen Lagen drohen orkanartige Böen, im Bergland muss verbreitet mit Orkan- und schweren Orkanböen gerechnet werden. Dementsprechend gibt es einen Infoclip mit weiteren Details zur Lage. Bereits im Tagesverlauf des Mittwochs muss mit dem Sturmtief Xandra verbreitet mit starken bis stürmischen Böen gerechnet werden. Im Bergland drohen Sturmböen, in freien Gipfellagen sind auch schon schwere Sturmböen möglich. Richtig brisant wird es allerdings erst ab Mittwochabend mit der Kaltfront des Tiefs Ylenia. Dabei frischt der Wind im Westen und Nordwesten Deutschlands bis zur ersten Nachthälfte der Nacht zum Donnerstag innerhalb kürzester Zeit massiv auf, sodass selbst im Tiefland mit orkanartigen Böen gerechnet werden muss. Die Spitzenböen können hier bereits um 110 Kilometer pro Stunde betragen. In der zweiten Nachthälfte sowie am frühen Donnerstagmorgen erwarten wir einen Höhepunkt der Unwetterlage. Dabei muss in der Mitte und im Norden Deutschlands verbreitet mit schweren Sturm- und orkanartigen Böen zwischen 90 und 115 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Im Bergland drohen dabei Orkan- und schwere Orkanböen. Hier sind Windgeschwindigkeiten zwischen 120 und 160, in Gipfellagen sogar Böen bis 180 Kilometer pro Stunde denkbar. Mit dem Durchzug der Kaltfront sind zudem kräftige, schauerartige Niederschläge zu erwarten. Lokal kann es dabei auch kurze Gewitter geben. Auch am Donnerstag tagsüber bleibt die Unwettergefahr in vielen Landesteilen bestehen. Besonders im Osten Deutschlands muss selbst am Nachmittag noch mit orkanartigen Böen bis in tiefe Lagen gerechnet werden. Im Bergland drohen dabei verbreitet Orkanböen, in freien Gipfellagen teils schwere Orkanböen. Die Unwetterlage nochmal kurz zusammengefasst. Ab dem späten Mittwochabend zieht das Orkantief Ilenia mit seinem Frontensystem über Deutschland. Dabei muss verbreitet mit schweren Sturm- und orkanartigen Böen gerechnet werden. Im Bergland drohen Orkan- und schwere Orkanböen. Mit dem Durchzug der Kaltfront sind zudem kurze Gewitter zu erwarten.